so leute geht heute mit fifa und der schock aus dem pokal aus dem der gruppenphase erst mal verdauen und jetzt voller blick auf die tabelle auf die auf den liga auftakt du kriegst gerade 100 darrichten rein trotzdem läuft der war und schüler war weiter also ich habe die ausgenommen das tut immer noch so weh das bitte raus zu extrem weh weil du hattest immer so knappe dinge weißt du 23 und 23 verlierst du ja mal gucken was ist mit dem nächsten spiel beginnt er passiert wenn ich los geht in die gewählte vor allen dingen das ist nicht gut mal gucken was das england kommt auch nichts wirklich interessantes gut dann probieren wir es weiter die konkurrenz irgendwie verkaufen kathol kathol Na dann, auf geht's. Klar, der Rundschlag tut weh. Selbst wenn ich hier nicht geräumt habe, aber es ist aber trotzdem bitter, wenn du dann wirklich in der 92. Minute so ein Ding reinbekommst. Also Leighton Orient ist zunächst der erste Gegner. Zu Hause. So. Okay guys, we'll be wrapping that up now. Thanks for attending. So, auf geht's. Gehen wir mal rein ins Match, ins erste Liga mit und versuchen da noch halbwegs guten Auftakt zu basteln. Na ja, guck mal. Gehen wir rein ins Match. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Die Wetterbedingungen könnten besser kommen sein. Und dann bin herzlich willkommen zu diesem Spiel mit Fußballplatz. Mein Name ist Wolf Fuss und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und man spielt natürlich überall die Vorfreude, die Erwartungshaltung. Und endlich geht die Saison los. Das wird mit Sicherheit ein Riesenspiel. Jetzt geht sie also endlich wieder los, die Liga. Spieltage 1. Meine Damen und Herren, wir haben die Fans. Diese Kühlsteine, wo es kremmelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Das ist die Aufstellung der Football Friends. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem gefalten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Na dann, gucken wir mal. Geben wir rein. Das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Das beherrschen Sie richtig gut. Da haben Sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spiel verstanden ist. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber Sie können das natürlich sehr, sehr gut. Klasse Stimmung hier in beiden Runden. Und da sieht man wieder mal, welche Begeisterung die Fans für den Fußballspiel sind. Und es ist schön, dabei sein zu dürfen, da Wolf, wieso macht Fußball richtig Bock? Auf geht's. Herzlich willkommen, der Vierten Liga. Der Bittere Auftakt, das Bittere Hände im Pokal ist abgehakt. Und jetzt heißt es, die Vollkonstruktion auf die Liga. Und dann haben wir schon, dass wir nach der Saison am Ende der Saison drin ist. Wichtig ist ein guter Saisonstart. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit sich das Ganze hier entwickelt. Und da ist dieser Angriff beendet. Sie machen zu. Klasse Pass. Gibt's jetzt die Torchance. Die Chance jetzt. Der Ballprall zurück vom Pfosten. Was für ein Tor. Es geht schon wieder gut los. Ihr diesen volle Getroffener, absolutes Traumtor. Es geht schon wieder los. Wir zu einem blöden Gegend. In den Pfosten, da rein ins Glück. Was für ein Tor. Das heben wir uns gerne nochmal ab. Nimmt den Ball einfach mal Volley, hält drauf. Und der Boot wird belohnt. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Super dazwischen, Liga. Ja, ich würde es auf 4-4-2 bestellen. Weil das gerade, das mit diesem 4-2-3-1-System. 4-4-2 verhalten. Mal sehen, wie es hier noch nicht geht. Gregory. Mooney. Auf! Top-Träger! Ford! Aber nicht so. Und nun ein Schuss. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion und alles richtig gemacht. Zehnten Applaus. Da muss ich jetzt ein bisschen drangehen. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Ford. Schön vorbei gekommen. Ballverlust, da macht er zu. Ja, der kommt von ganz hinten durchgelaufen, kann ohne Probleme. Ich kann nichts machen. Klasse Einsatz, faires Tackling. Ja, geil, faires Tackling. Ich kann nichts machen, ich kann 0,0 da machen. Ja, Mann. Ja, das ist ein guter Pass. Klar, können wir ohne Probleme abschließen. Nein, ich erwarte nicht jede Spitze gewinne, aber langsam macht man dieses FIFA keinen Spaß. Kein Spaß mehr. Die können ohne Probleme von ganz hinten durchlaufen. 100 km aus, das Richtlinien-Lumpen, Punkt genau da rein und dann haust du das Ding einfach kurz mal im Winkel. Klar, voraus nicht. Hier steht es 2 zu 0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Vor allem bist du chancenlos. Ach Mann, hochzutreten. Und für dieses Foulspiel wird er verwacht. Okay, die gelbe kann man geben. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepippen wird. So. Geht dazwischen. Kein Problem, kann auch locker was machen, kann auch locker abfangen. Die Gäste liegen beim Ballbesitz vorne. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegender Auftritt raus. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Niemand kommt an den Ball. Und das gibt Abstoß. Also, der macht dir bislang einen richtig guten Eindruck. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten... Ja, würden wir das jetzt auch die ganze Zeit vorhalten? Ich muss euch nicht zu schissen werden. Was soll ich? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich bin also ohne Probleme abgefangen. Soll ich wieder auf Amateur spielen, damit ich mal Spiele gewinne oder was? Das ist doch zu kotzen gerade. Gute Ball, Herr Oberung, hier. Sieht gefährlich aus. Da muss er hin und holt sich den Ball. Wieder der Ballverlust. So, eine Minute kriegen wir hier nach oben drauf. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angeheißen. Ja, könnte. Aber der Schiedsrichter hat mich einfach ganz schön, dass die Scheiße wegpfeift. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. So, auf geht's. Mit diesem Rückschland der Football Friends gehen wir nun rein in den zweiten Spielabschnitt. Alter. Ach man, der Leute macht keiner mit. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Dazu ein wenig die Präzision gefällt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Bei Scherzi gibt es einen neuen Spieler. Man hat sich intensiv um ihn bemüht und nun hat es also geklappt. Er hat endlich unterschrieben. Ja, ich hab ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht irgendwann mal so eine andere Ärger bekommen, dass der Auftakt mit haben so echt im Turnier nach nur einem wirklich erzeugen, überzeugenden Auftakt rausgeflogen. Und in der Liga sieht es gerade auch zum Auftakt nicht gut aus. Hat er. Hey, was soll das denn für eine schlanke Sonne? Schwache Aktion. Jetzt wird sie Aufrichtung geben. Nummer 4, Kahn McRally. To be embraced by. Nummer 8, Green Clay. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, wie es heute weitergezogen ist. Wie siehst du das? Na, das ist bislang ziemlich durchschnittlich, was er zeigt. Das kennen wir viel besser von ihm. Hey, die können da locker mit einem Trick. Ich brauch gar nichts machen. Hey, der spielt locker von hinten mit 500 Übersteigern durch und mag den Kuh und Gamm. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Nein, gut, doch nicht wuchtig, aber ein Hammer. Drenn ist er. Ich kann nichts machen, weil die einfach ohne Berührung im Durchlauf kommt. Und mit dem 3 zu 0 sorgen sie wieder für klare Verhältnisse. Da braucht es keiner hinzugehen. Das ist egal. Das ist bei einem Einwurf. Da bleibt man weg. Das hat ein Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Ecke jetzt. Die kurze Variante. Herzwitsch. Die Football-Friends greifen über Außenhand. Da wäre Platz. Jetzt gibt es gleich die Ecke. Warum auch? Gleich wird hier ausgelenkt. Der kommt raus und hat die Kugel ohne Probleme in der Hand. Ich bin gut genug. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, ich weiß nicht, was er ist gerade. Warum geht man da nicht hin? Also die Szene eben, unfassbar, dass er den nicht macht, das muss doch ein Tor sein. Hunter. Der kann ja aus dem 5. Raum und der kommt dann auch ran. Herzhaft. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Die Fans sind sauer, sie brauchen Ballbesitz und schaffen es nicht. So fangen sie den Angriff früher ab, sehr gut. Wie leichter schnelle Kontrolle jetzt. Gute Aktion. Grace. Natürlich geht der nach oben drücken. Es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen haben, aber die gehen halt alle rechts-links vorbei, das interessiert die nicht. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Die Vierlag ist klar, aber wir werden... Der Pass war ein bisschen impreziser. Einwurf. Sie spielen steig, gefährlich. Vielleicht der Herr Hoth nochmal. Irgendwie. Nö, gar nicht. Der Keeper hat den. Er vergibt sämtliche Chancen und verliert den Auftrag. Der hat völlig verdient mit 0-7-3. Den legt man auch nicht. Sie verlieren also ihr erstes Liga-Spiel. Sie müssen sie abfragen und demnächstes Spiel besser machen. In 2-Seite. Der hat heute wirklich gute Spielpuschi. Wir wollten euch nur ein paar Fragen stellen. Wir wollten es gar nicht wissen. Wir wollten es gar nicht wissen. Genau so ist es. Das ist es. Vielen Dank. Vielen Dank. Puh. Das wird definitiv ein hartes Stück Arbeit hier in dieser Liga. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter in der nächsten Folge. Und, äh... Ja, Dorst Hemden ist da der nächste Gegner. Und vielleicht schafft wir es auch noch in die zweite Runde einzusetzen, in dieses NFL-Liga-Cups.